hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play oder warships mit joshio viel spaß beim zuschauen dann auf mit der graf spät ins gefecht und noch ein bisschen was unter die wasser hoffentlich schicken und nicht mich selber die mitglieder zur trägung ja enterprise und die alter tier 8 jetzt haben wir zusammen gewürfelt manchmal hast du gefechte wirst du nur fünfer und sechster drin ja jetzt nicht nur 7 8 auch noch und das sind ganze menge davon jetzt muss ich mal zurückhalten die haben eine wahnsinns reichweite eine wahnsinns feuerreichweite und natürlich auch dürften auch etwas schwerer zu treffen sein außerdem sind die zielgenauer meistens sind die zielgenau das heißt ich werde jetzt mal mit halber kraft voraus und kraft von uns mal gucken wo die anderen so hin die fallen alle rechts rum überwiegend oder auch nicht dann schwer zu sagen das gefühl dass sie zurzeit alle abwarten ich werde einfach mal da hinten um diesen großen brecher drum herum fahren wird das schon passen wir sind eher schneller wie ich egal wie schnell ich fahre das anguckt er das an 20 kommen wir noch was entfernt und die klar ja auch noch nicht rein das ist doch jetzt echt das ist doch jetzt goliath gegen damit oder mal gucken ob wir gewinnen oder ob ich irgendwas hier sinnvollerweise treffen kann ohne dass ich hier direkt abgeschossen werden da brennt was noch nicht aber auch wirklich viel schaden gemacht haben wir auch nicht jetzt brennt was ich meine ich habe 220er ne da lacht er bestimmt drüber oh doch nicht ich habe ihm da glaube ich gerade ein bisschen was ein turm habe ich ihm glaube ich gerade genommen und jetzt direkt weg vom fenster yes guck dir das sauber sauber ist weg dahinten kommt noch einer raus und kreuzer auftritt ach auch eine graf spähe ach schön guck mal bester schiff die böse schwester kommt böse schwester scheint sich da hin aber zu verstecken zumindest zu versuchen er fährt rückwärts ist im rückwärts gegangen ist im rückwärts gegangen wird aber trotzdem ordentlich getroffen oh ja ok versucht sich glaube ich gerade zu verstecken ja weiß zwar nicht ob ich da noch drüber komme wir werden sehen 3 zieltreffer haben wir da kommen wir noch drüber ok das wasser haben wir getroffen so jetzt muss ich aufpassen da vorne sind die sind so in ich nenne es jetzt mal einfach fußläufige reichweite das problem bei denen ist die haben wesentlich mehr reichweite wie ich wahrscheinlich um die 20 und mehr muss ich jetzt aufpassen solange ich entdeckt bin geht alles aber wenn ich dann erst mal entdeckt dann und das ist schön Einfach mal draufballern, gucken was betreffen. Oh mit mir, was sag ich dazu, Shitheads, so 16,2 und der wird immer noch fleißig beschossen. Gedeckt von 1, ok. Ja, 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 ich kann abdrehen. Muss hier weg. Ja, 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 ich kann abdrehen. Komm. 1,3, ah, die Treppenbahn. Nicht, nicht schlecht. Ja, na. Irgendwann musste ich ja auch mal, ne? So, in den Mittelpunkt des Begehrers rücken. Die Bismarck bollert auf mich. Schön, wenn ich mal treffen würde. Ja, jetzt brennt es da hinten. Sehr schön. Das war mein Hack. Oh, oh. Was brauche ich denn noch? Oh, da beschwert sich einer drüber. Scheiß Team, ja. Super. So, wer hat sich denn da ganz beschwert, hm? Gucken. So, das ist der Lorenz Ypsilon, ne? Aber nochmal gucken, was der gleich für eine Gefechtsleistung hier so gebracht hat. Ne? Guck gleich mal, was der für eine Gefechtsleistung hat. Und mal gucken, wer so shit ist. Schön ist, man kann es ja nachher mehr oder weniger ablesen, ne? Ich glaube, ich sollte machen, dass ich hier weg bin. Wenn ich wegkomme, hm 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 hm, hm hm hm. Begehrer, Kanzir, insusiv gearbeitet! So. Dankeschön. Ja, super. Von dem komme ich nicht mehr dran. Hier, das Teil, was da die ganze Zeit auf mich schießt, da komme ich dran. Die Queen Elisabeth ballert auf mich. Erstmal anzünden die Hütte. Und dann der da. Hm, hm, hm. So, der scheint mir den Kurs zu wechseln. Nur ein bisschen zumindest. Ja. Gucken. Hm. Okay, das wird dahinter gehen. Oh ja. Schießt immer noch hier auf die Monarch. Ich werde jetzt mal ganz fleißig hier die Kurve kratzen. Hier. Hier. So. Hm. Mal wieder zurückschwenken. Ich habe mich getroffen. Mal wieder. Sowas. Alles weg vom Fenster. Sehr schön. Okay. Ähm. Der nächste. So. Immerhin bin ich schon mal wieder ein bisschen hoch repariert hier. Aber. Die Queen Elisabeth kommt in Reichweite. Das ist doch schon mal gut. Ja. 14,6. Ich bin entdeckt. Okay. Okay. Nicht mit mir. Hm 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 hm. Wenn du im Rückzug bist, äh, so wie ich jetzt gerade, dann ähm, hast du natürlich nicht so viele ähm, Geschütze, die gleichzeitig drauf ballern können. Wenn du jetzt querfährst. Ja. Irgendwo muss ich ja weg. Wenn ich mich direkt mit einem Schlachtschiff anlege, ohne eine, ich sag jetzt mal ganz einfach, fahrtaktische, ja, fahrtaktische Feinheiten, dann gewinnt der natürlich, weil er viel stabiler ist. Hm 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 hm. Komm. Na. Ich glaube, das ist eine Niederlage. Richtig. Ja. So. Dann wollen wir doch mal schauen, was denn der gute, erstmal, erstmal Teamwerte kommt. So. Also. Okay. Und der Herr fährt nicht Fuso. Nehmen wir an, dass das Loans ein männlicher Name ist. Und er ist auf Platz 3, ne? Immerhin, ne? So. So. schlecht war das Team gar nicht. So. Manche stellen sich auch an, ne? Einmal zurück zum Hafen. Und mal schauen. So. Und mal schauen. Es hat gegeben. Beim Gefecht mit der König. Es hat es gegeben. 500. Ein paar zerquetschte, ne? 521. Nochmal 100. Hiervon. Dann reicht es noch nicht. Es reicht. Da fehlen immer noch 100 oder so. 251 fehlen noch. Dann machst du nichts, ne? Also. Muss ich nochmal ran. Hm. Was? Illich Place. Hallo, Illich Place. Schönen guten. Haben wir schon Abend? Ja, wir haben Abend. Schönen guten Abend. Danke fürs Zuschauen. Wenn nicht das Stream gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da. Und für die Videos ein Like und für den Kanal ein Abo. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.